Hier oben. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte, vier oben. Ich werde hier wieder fertig gemacht scheinbar. Mach vier oben jetzt. In diesem Spin. Oh mein Gott. Oder in der Mitte. Irgendwo war zu vier. Oh mein Gott. Achter Multi. Achter Multi, Mann. Wenn er ihn macht, 16er Multi. Und Wildline damit. 16er Multi mit Wildline. Dann 4,8 in Dreh. Wenn er es im nächsten Spin macht, dann kriegen wir wohl unsere 10.000 Mal hin in dem Modus. Es wird auf jeden Fall ein guter Bonus. Wir haben zwei Folger hin. Gute Symbole hinten. Da wird das vielleicht auch ohne Wildline 2.000 Mal. Je nachdem, was wir treffen. Ja, Hauptverliegen. Oh Mann, bitte macht das Wild auf vier. Irgendwo auf vier, bitte. Er ist immer noch sehr, sehr gut. Wenn er ihn jetzt macht, dann nix. Dieses Spiel macht einen fertig. Das Spiel macht einen einfach fertig. Es fällt ein Wild. Ich habe nur noch 4,8 pro Träger. Für die Wildline. Bitte. Er ist immer noch sehr gut. Er kann das jetzt machen. Mit nur zwei Splins. Aber, oh Mann, 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 Mann. Ich glaube, er hat hier die ganze Zeit Flasche, oder? Es ist halt immer in etwas. Also, wenn wir keine Wildline bekommen, es wird sehr wahrscheinlich auf 1.000 Mal oder so zurück hinauslaufen werden. Ja, gut. Aber wenn er bald so zwei Runden macht. Klar. Wir haben zwei neue Vollreihen, ne? Haben 24er Multi. Aber der Screen, der macht einen fertig dann. Mach. Ah, Mann, liebes Spielen. Was ist das mit diesem Scheiß-Spiel? Letztes Spiel. Mann. Jetzt troje ich, Da sind alle Ya немножко. Ja. 390. Come on, hit something. Oh, together, three of them. Oh, look at this one. Oh, my God, strawberries. Oh, nice. Fuck. Together now. All three together. All three, jump in, babies. Oh, strawberries on the 13-16. Let's go, together. Did it again? Holy, that can't be another hit. It will be another hit. 15-18, 540. Then one more spin. One more spin, 4.7K. Oh, for your best. For your steak, last spin, bro. Last spin. Look at the balance. Look at the balance. Together. Oh, no. Those two down there. Go to the, oh, my. No, no. What can we do? No in. No, if that was a... Oh, my God, if there's a strawberry there. That would have been millions of euros. What the fuck? That's going to take your point, Zach. That is 5K. That is sick. Okay, no need for a refill, brother. Look at that. On the last spin, 4K balance. I put 4K. I put 4K. Smack. 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 Because it resets the counter. It resets your counter back up. Das ist ein Reset plus an Additional Spend. Persistent Collector ist ziemlich sessy. Do I see a Collector hier? Do I see? Oh, this is about to be amazing. Oh. I wish the Collector was before the Persistent, though. That's the only unfortunate thing. Then it would have had all the Persistent Collector and didn't get that every time. But that is definitely a problem. Look at that. Yo, you're a Primo in the top row. Come on, now. Come on, now. Where is the Collector pay right now? Home save, though. That's what we like to see. That's what we like to see. This is going to be a best win today. But sure now. All right, let's go. Give me one more symbol. Drop a Collector. If it drops a Collector now, oh my God. Collector, Collector. Collector anywhere. Oh. I would love a Collector right now. For God's sakes. Oh, man. Let's go. Let's go. Collector. Collector. Just give me a Collector, for God's sake. Just land a Collector anywhere. Oh, boy. What we got? What we got? Yes. Yes. This is going to be huge. Oh, my goodness. This is going to be stupid. It's going to take 642 every time. Oh, my goodness. Oh, come on. Just save us. Just give me one. Yes. Let's go. Let's go. It's save. This is my biggest win ever now. This is my biggest win ever on this spot. Let's go. Let's save. Oh, my goodness. Yo, can I get a Sniper? If a Company lands, it's Max win. If a Collector pair lands, it's Max win. Give me another Collector. Oh, my Lord. 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 Okay. Save us one more time. Just one more time. Okay. Okay. Biggest win ever. Literally double it. And then some. Someone go tell Rosh. I just... I think... No, I didn't beat his win. But it's a good win. Votre compte, Wally Sultan. Donc, allez-y. Ça prend deux secondes en vrai. Okay. Plus cinq partout. Ça peut être intéressant. Si tu mets des multiplicateurs. Ça n'a aucun intérêt dans le carré. Il n'y a pas de... Un petit fois dix là, là ? Fois vingt ? Fois deux. Ouais, c'est pas pareil. On a un bon setup. Si ça pouvait aller quelque part, quoi. Okay. Fois deux. Et là, combien ? Plus cinq partout. Okay. Ouh. Attends. Ça peut devenir intéressant, les gars. Ça peut devenir intéressant. Ça dépend ce qu'il y a ici, là. Combien ? Ouh. Okay. 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 Là, ça commence à me parler, là. Là, tu commences à me plaire. Ah non. Me date pas... Non. That's me, s'il te plaît. Non. Non. Okay. Safe. Okay. 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 Allez. Non. 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 Okay. Nice. Attendez. Ça peut être intéressant. Là, juste là, ça peut être très intéressant. Ouh. Okay. 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 Allez, vas-y. Continue. T'arrête pas là. T'arrête pas en si bon chemin. Non. T'arrête pas là. T'arrête pas là. T'arrête pas là. T'arrête pas là. Oh. Oh. Non. Okay. Okay. Fois deux. C'était le pire truc. Mais vas-y. C'est déjà pas mal. Attendez. Okay. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Epic insane. Je vous dis, les gars, il va vraiment pas être insane. Oh. Oh. Yes, putain. Allez. Oh. Yeah. Mais les gars, mais cette machine, je vous dis, elle est incroyable. Elle est incroyable. Vraiment, je vous dis, elle est insane. Elle est incroyable. What the fuck ? Mais what ? Oh, fuck les voisins, les gars. On est en fois 7000 ? Oh. Chronique. Mais what the fuck, le gars ? What the fuck ? Je vous ai dit, les gars, je vous ai dit quoi, juste avant, quand on a lancé. Je vous ai dit, les gars, la machine elle peut être insane. La machine elle peut être insane. Combien ? 11 000 euros ! Ok, 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 ok. Porto là, ding, 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 ding. Siit tulee kerroin. Harmi, et se meni tonne, mut... Oi. Hyvä. Miksei se oo parempi, kun plus yksi. Ei se mitään. Roosteri, kiitos paljon, 80 gugars. Tää on kyllä hullu peli, josta tää vaan jatkuu. Joo, 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 ei vielä mitään. Me halutaan saa nyt tähän... Me halutaan saa niitä... Joo, ja sit tulee plus yksi. Okei, okei. Katsotaan, jääkö tähän vai ottaako vielä kiinni. Ihan nätti napsu siitä jo tässä vaiheessa Femman betillä. Oh, ja se on... No ei ollut ton kovempi, mutta kuitenkin. 32x31, 19 tarkoitan plussaa siis. Ei vielä loppunut. Oi, toi oli nätti. Kiitos, että annoit sen sinne. Noniin, tämähän näyttää ihan hyvältä. Ja jytää vittua! Ei voi olla todellista. Femman betti. Oh my god. Nyt jos se antaa tohon sen saman symboli. Holy shit, se olis... Oh my god! Oh my god, 20... Oh my god, jos se olis osunut tohon... Oh my god! Se olis... Jos se olis osunut viimeiseen. Jos se osuu nyt tohon noin! Holy shit, anna se kissa sinne nyt. Oh my god. Meil on vitosen betti. Ei vittu, jos se antaa sen kissan tohon 20x. Tässä tulee ihan jäätävä voitto. Tää on nyt jo jäätävä voitto! Tää on aivan fullu peli! Ei voi olla totta. Anna se kissa tohon. Oh! Ei voi olla totta! Se on siellä! Jos siihen tulee 20x! Jos tuohon tulee 20... Ei tullu, mut se on siltikin... Oh my god! Tää on Femman betillä! Tää on aivan järkyttävä voitto jo! Mon my heart is racing. Ei voi olla totta! Nyt lähtee jätkään jotain eppistä! Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Ei! Meillä on isoin voitto ikinä täällä tulossa! Melkein yli 8000 x5 panoksella! Ei voi olla totta! Meillä on isoin voitto! Holy shit!